Ja, mein Name ist Anja Bassi. Ich arbeite im Perinatalzentrum Altona, dort auf der Wochenstation und das Ganze mittlerweile seit 26 Jahren. Meine Aufgabe auf der Wochenstation ist es, Mütter und Babys einen Start zu geben. Ich unterstütze die Mütter natürlich, obseelig darin, die Signale zu erkennen, die Babys geben. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Ort im Krankenhaus zu arbeiten als da, wo das Leben beginnt und wo Familien glücklich sind. Ich komme jeden Tag sehr, sehr gerne zur Arbeit. Ich freue mich drauf, weil das eigentlich gar nicht so sehr klar ist, was was jeden Tag also erwartet. Das sind die unterschiedlichsten Menschen, denen man begegnet. Das sind viele, viele Mütter, viele Babys, die zueinander zu bringen. Es ist sicherlich auch manchmal traurig, wenn man an bestimmten Festlichkeiten einfach nicht teilnehmen kann. Aber die Arbeit an sich, die ich in der Klinik erlebe mit den Familien zusammen, die entschädigt dafür. Wir bilden viele Auszubildende auf unserer Station aus. Die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir sind ein Team, ich sag mal, vielleicht ist die jüngste Kollegin 21, die älteste etwas über 60 und ich finde, das ist eine ganz tolle, spannende Konstellation auch. So habe ich ja selber auch angefangen als junges Mädchen und gehöre mittlerweile zu den Älteren und das finde ich, ist ein schönes Setting auf der Station.